Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Ja, dieses Mal geht es um einen Vergleich von verschiedenen Red Hat Enterprise Linux Klonen, freien Klonen, die alle in die Frühstapfen von dem CentOS gestiegen sind, was ja de facto nicht mehr so ist wie vorher. Von daher gibt es jetzt verschiedene Optionen. Einmal AlmaLinux 9.1, RockyLinux 9.1 und OracleLinux 9.1. Die gucke ich mir heute mal ein bisschen an. Zu AlmaLinux habe ich ja einige Videos schon auf diesem Kanal gemacht und die anderen, ja, habe ich mir nicht wirklich angeguckt. Aber damit wir mal ein bisschen gucken können, wo da eventuell Unterschiede liegen, schauen wir mal. Bevor wir jetzt zum Installieren von den einzelnen Distributionen kommen, noch ein bisschen Allgemeines dazu. Alle drei Alternativen zu CentOS bzw. zu Red Hat Enterprise Linux werben damit, dass sie binärkompatibel sind. Also, dass ihr ein Programm, vielleicht eine Datenbank eines großen, proprietären Datenbankherstellers, dass ihr das sowohl auf AlmaLinux, RockyLinux oder Oracle Linux installieren könnt, anstelle von einem Red Hat Enterprise Linux. Was die einzelnen Distributionen dabei machen ist, sie müssen natürlich Produkt- und Firmennamen ersetzen. Also darf da nicht mehr Red Hat auftauchen, sondern dann steht da AlmaLinux, RockyLinux oder Oracle Linux an der entsprechenden Stelle. Und natürlich sind auch Logos ausgetauscht und sowas. Ich habe dann mal geguckt, als ich mal wieder so ein bisschen Zeit für sowas hatte, wie jetzt der aktuelle Stand ist bei den verschiedenen Klonen. Eigentlich wollte ich diese Folge schon zum Release 9.0 machen, bei allen dreien. Und da war die Zeit dann schon wieder deutlich drüber. In der Zwischenzeit hat es jetzt Version 9.1 gegeben. Und dann habe ich mal geguckt, wie ist jetzt der Status. Damit ich das bei allen dreien vergleichen kann, müssen die natürlich alle auf dem Level von 9.1 sein. Am schnellsten mit dem Produzieren von ihrer Abwandlung, ihrem Klon, ist einmal Linux, also 15.11. Das ist die Zeit oder vielmehr der Zeitstempel, wann das ISO produziert wurde und hochgeladen wurde. Als nächstes haben wir dann hier Oracle Linux, vier Tage später und Rocky Linux, da dauert es am längsten. Dieses Mal für Version 9.1. Aber ich meine, davor war AlmaLinux auch immer am schnellsten. Das kann sich natürlich auch in der Zukunft mal ändern, dass vielleicht eine andere Distribution schneller ist, eine binärkompatible Version von Red Hat Enterprise Linux anzufertigen. Ja, in der Vergangenheit habe ich schon mehrere Videos zu AlmaLinux gemacht, weil ich damit beruflich zu tun hatte. Findet ihr alles unter weisheit.gos-habermann.de. Um das Ganze jetzt so ein bisschen vergleichen zu können, werde ich gleich für jede Distribution eine eigene VirtualBox virtuelle Maschine erstellen und da drin über das jeweilige ISO die Distribution mit einer ähnlichen Softwareauswahl installieren. Ich meine, da gibt es kleine Detailunterschiede, aber das gucken wir uns gleich mal an. Ich gebe jeder virtuellen Maschine 4 GB RAM, zwei CPU-Kerne, 25 GB auf einer virtuellen Festplatte. Dann schließe ich die virtuelle Maschine über die Netzwerkbrücke mit einer statischen IP-Adresse an mein lokales Testnetzwerk an. Da vergebe ich statische IP-Adressen mit der 91, der 92 und der 93, vor allem Linux, Rocky Linux und Oracle Linux. Und so eine Grafikkarte kann ich auch emulieren lassen von VirtualBox. Da nehme ich diese VMS VGA mit 16 MB Arbeitsspeicher, also Grafikspeicher natürlich. Ja, und dann gucke ich mir das mal an. Die ISOs, die ich runtergeladen habe, die sind aktuell folgenderweise benannt. Und wenn ihr die runterladen möchtet, findet ihr in den Folien hier hinter den Link zu dem jeweiligen Mirror für die jeweilige Distribution. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von welchen Servern ihr dieses ISO jeweils runterladen könnt. Aber eigentlich soll auf jedem gespiegelten Server dieselbe Version von dem ISO vorliegen. So, gut. Gucken wir uns das gleich mal an. Das Anlegen von den virtuellen Maschinen, das wiederholt sich natürlich. Das ist jedes Mal wieder genau gleich. Aber einmal zeige ich euch das. Ich mache hier eine neue virtuelle Maschine. Dann nenne ich die jetzt Alma Linux 9.1. Eben fürs Alma Linux. Ein Typ hier, gebe ich vor, ist natürlich ein Linux. Und dann nehme ich dort Red Hat 64 Bit. Da wird so ein Profil hinter sein, was mit Red Hat und Klonen gut funktioniert. Das nehme ich einfach mal. Dann den Arbeitsspeicher. Den erhöhe ich von einem Gigabyte auf zwei Gigabyte, also auf 2048 Megabyte. Dann als nächstes kann ich hier auswählen, wie groß die Festplatte werden soll. Die soll bis zu 25 Gigabyte anwachsen können. Das Betriebssystem, was ich da drauf installiere, das meint von vornherein, aha, ich habe 25 Gigabyte Platz. Aber die Datei, die auf eurer physikalischen Festplatte oder SSD liegt, die wächst halt nur so weit, wie der Speicherplatz auch eben gebraucht wird. Dann klicke ich noch auf Erzeugen und dann habe ich hier schon meine vorbereitete virtuelle Maschine. Da ist noch nichts drauf. Aber ich möchte ja statt dem NAT-Netzwerk, wie es hier vorausgewählt ist, eine Netzwerkbrücke haben, damit sich diese VM innerhalb von meinem Netzwerk wie ein normaler Rechner verhält. Und da verbrauche ich eben eine andere Art und Weise der Verkabelung. Über NAT wäre ich davon getrennt, von dem normalen Netzwerk, was ich hier habe. Da wird so ein virtuelles Netzwerk intern gebildet. Da ist auch ein DHCP-Server mit bei. Aber ich möchte, dass die virtuelle Maschine nach draußen normal kommunizieren kann. Also nehme ich hier die Netzwerkbrücke. Bei der Anzeige wollte ich hier nochmal gucken. MSVGA ist die Voreinstellung. 16 MB ist auch eine Voreinstellung. Damit gehen wir erstmal los. Macht sein, dass ich das eventuell nachher noch ändern muss. Und ja, da gucken wir einfach mal, ob das klappt. Dann einmal zu System rüber wechseln. Und bei Prozessor möchte ich nicht einen CPU-Kern, sondern zwei haben. Und dann sind wir auch soweit fertig. Jetzt habe ich meine drei virtuellen Maschinen hier vorbereitet. Jetzt nehme ich mir mal die erste hier und starte die einfach mal so. Jetzt werde ich gefragt nach einem Boot-Medium. Da könnte ich in mein richtiges Laufwerk eine CD-DVD einlegen. Oder ich kann auch das ISO, was ich als Datei runtergeladen habe, hier mit reinpacken. Da ich das bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, muss ich mein ISO, mein runtergeladenes neues ISO noch hinzufügen. Und dann nehme ich dann hier erstmal das einmal Linux, das 9.1. Sag öffnen und auswählen. Dann einmal starten. Und dann fährt das System auch soweit hoch. Ich gehe mit den Pfeiltasten einmal hoch und runter, damit hier dieser Boot-Vorgang erstmal abgebrochen wird. Denn ich möchte mir das jetzt auch schon mal bei den anderen angucken. Erstmal dasselbe mit dem Rocky Linux 9.1. Da sieht das jetzt optisch quasi genauso aus. Ich habe allerdings natürlich eine andere Bezeichnung. Statt einmal Linux steht da jetzt Rocky Linux. Nehmen wir noch den letzten dazu, den letzten Kandidaten, das Oracle Linux. Ja, soweit so vorhersehbar. Es sieht quasi genauso aus. Also am Farbschema haben die schon mal nicht gedreht. Ich packe sie nochmal hier alle nebeneinander. Das müsste, glaube ich, passen. Also erst mal optisch gesehen, sieht erst mal gleich aus. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Also mit einmal Linux fange ich wieder an. Ich mache jetzt hier die Installation. Also ich starte die jetzt einmal, habe dazu einmal Enter gedrückt. Und ja, jetzt bootet der Linux-Kernel hoch, hat so ein paar Sachen initialisiert. Dann wird gleich hoffentlich der Installer gestartet. Genau, der Anaconda, der kommt da gleich hoch. So, das ist jetzt der einmal Linux-Installer. Also ich wehe mir erst mal eine Sprache aus, die ich für den weiteren Installationsprozess benutzen möchte. Aber, damit wir den direkten Vergleich haben, starte ich jetzt Rocky Linux. Und weil ich es kann, mache ich das jetzt auch gleichzeitig noch mit dem Oracle Linux. Das ist jetzt kein Wettrennen oder so. Mal gucken, wie sich die eventuell unterscheiden oder auch nicht. Jetzt sind alle drei Installer hochgestartet. Also ein bisschen optischer Vergleich hier. Bei Rocky Linux, da steht natürlich das andere Logo. Bei Oracle Linux ist natürlich auch ein anderes bei. Hier haben sie bei dem Rocky Linux da den auch ausgetauscht. Also dieses Hintergrundbild durch Eis soll es vielleicht sein. Keine Ahnung, Pletscher, Eis, Rocky, Linux. Hier bei einmal Linux, da haben sie denn das Logo, so ein Ausschnitt wiederverwendet. Und bei dem Oracle Linux, da ist der Pinguin in der Rüstung drin. Der Rest würde ich sagen, sieht erst mal ziemlich gleich aus. Also mache ich denn auch überall jetzt erst mal dasselbe. Ich wähle mir Deutsch aus und sage, ja, fortfahren. Dann nächste Maschine, Deutsch auswählen, fortfahren. Dann nächste, Deutsch auswählen, fortfahren. Ja, also jetzt erst mal grob optisch gesehen. Findet jemand den Unterschied, wenn es einen gibt? Also natürlich Logo und das, klar, das ist unterschiedlich. Aber jetzt hier irgendwelche anderen Punkte. Boah, sieht erst mal gut aus, ne? Also fange ich von links wieder an. Gehe ich einmal hier drauf auf Netzwerk. Das ist erst mal nicht richtig konfiguriert. Ich muss auch einmal sagen, dass ich hier gerne nicht per DHCP meine IP-Adresse beziehen möchte, sondern dass ich sie manuell eingeben möchte. 1 und 91. Dann Netzwerkmaske ist bei mir hier die 24. Gateway ist die 5. Genauso wie der DNS-Server ist auch die 5. Und ich setze hier unten auch noch den Haken, weil ich das für meine IPv4-Verbindung brauche. Ich glaube, es ist nicht wirklich wichtig, hier den Haken zu setzen, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich glaube, es hatte nie irgendwelche Nebenwirkungen. Von daher setze ich den hier. So, einmal speichern. Dann noch einen Rechner. Namen. Vergeben. Ich nenne den A11 für AlmaLinux. Anwenden. Und hier oben setze ich den Schalter von links nach rechts, damit das jetzt angewendet wird. Hier einmal Fertig sagen. Dann müsste das Internet jetzt auch funktionieren, denn Pakete werden zu einem größeren Teil aus dem Internet runtergeladen. Jetzt gucke ich mir dasselbe unter Rocky Linux einmal an. Da setze ich auch mein Netzwerk. Erst mal erster Eindruck. Das sieht sehr ähnlich aus. Also auch wieder konfigurieren. IPv4. Manuelle Einstellung. 19268.1.92 jetzt. 24. Also, ich glaube, da hat gerade eben unter AlmaLinux nicht die 24 vorgeschlagen. Spurt noch mal zurück. So, trage ich hier ein. Gateway und DHCP-Server. Ich setze auch hier wieder den Haken und sage speichern. Und das ist jetzt RL. Und auch wieder aktivieren. So, nächster Kandidat. Jetzt habe ich hier noch Netzwerk und Hoster. Selbe Spiel. Optisch sieht es auch erst mal sehr ähnlich aus oder identisch. Dann wiederum hier. Ja, ihr kennt es ja schon. Speichern. OL für Oracle Linux. Anwenden. Und hier auch wiederum den Schalter nach. Da. Genau, das habe ich in die richtige Richtung für euch gesehen. Genau, anwenden. Dann sind wir überall soweit fertig. Dann auf zum nächsten Punkt. Installationsziel auswählen. Wir haben hier eine virtuelle Festplatte drin. Die hat diese 25 GB. Das ist auch das Einzige, was wir nehmen können. Ich gucke jetzt auch gleichzeitig noch mal beim nächsten hier. Bei Rocky Linux. Das sieht erst mal optisch genauso aus. Dann letzter hier Oracle Linux. Das ist, ja, das sieht eigentlich sehr gleich aus. Also fertig auswählen. Fertig. Fertig. Einen kleinen Unterschied gibt es bei diesen Installationsquellen, denn die Bezeichnung von diesen ISOs, die weicht so ein bisschen ab von einem zum nächsten. Bei einem heißt es dann Minimal. Dann gibt es auch noch Boot. Und von daher habe ich bei dem Oracle Linux, da steht jetzt hier Fehler beim Einrichten der Basis-Datenquelle. Da ist das irgendwie anders mit der Aufteilung. Und ich habe es nicht verstanden, das Konzept dort. Da habe ich ein kleineres ISO. Und von dem kann ich nicht installieren. Bei Alma Linux und bei dem Rocky Linux, da gibt es das Minimal ISO. Da sind schon einige Pakete bei. Und dieses Boot ISO, was ich da bei Oracle gefunden habe, das hat überhaupt keine Pakete. Also von daher meckert er erst mal, dass dort nicht alle Pakete drauf sind, um überhaupt ein System installieren zu können. Aber ich möchte sowieso die Pakete aus dem Internet installieren. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich einfach sage Spiegelserver in der Nähe. Und ob der Rest dann automatisch geht. Ich sage jetzt einfach mal hier fertig. Ob das klappt. Also hier unten gibt es diese Netzwerkleuchte, da diese zwei Monitore mit dem Kuller da. Und wo es mal grün und mal rot blinkt. Das ist die Kontrollleuchte für Netzwerkaktivität. Also virtuelle Kontrollleuchte. Also da tut sich irgendwas. Da werden jetzt gerade Daten gelesen. Ich hoffe mal, dass er sich jetzt Paketinformationen herunterlädt. Denn Gruppen, Metadaten herunterladen, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und hier gibt es dasselbe auch noch bei Softwareauswahl. Also von daher hoffe ich mal, es ist das Richtige. Quellen geändert, bitte prüfen. Softwareauswahl gucken wir uns gleich an. Machen wir dasselbe auch noch mal bei dem nächsten Kandidaten. Das ist jetzt das Rocky Linux 9.1. Sieht genauso aus. Automatisch Spiegelserver in der Nähe nehmen, konfigurieren. Okay, gut. Bei den ersten Versionen oder bei der ersten Version von einmal Linux musste man das glaube ich noch per Hand eingeben. Da habe ich mein Video zu gemacht. Entweder es gab wirklich keinen anderen Weg oder ich habe irgendwo was übersehen. Aber da musste ich so eine elendig lange URL eingeben, fand ich ziemlich nervig. Bei Rocky Linux ging es schon deutlich schneller mit dem Runterladen von diesen Paketinformationen. Dann noch den dritten Kandidat. Da haben wir jetzt hier. Hier muss ich es eingeben. Das ist so, wie das Alma Linux am Anfang glaube ich war. So, ich habe in der Zwischenzeit jetzt noch mal nachgeguckt, ob das irgendwie noch ein anderes ISO gibt, was jetzt nicht alles schon bereits enthält. Aber nein, das gibt es nicht. Also ich muss hier jetzt wirklich höchstwahrscheinlich diese URL einmal abtippen. Von daher ziehe ich da die VM einmal rüber. Dann muss ich meinen Kopf nicht so weit bewegen. Und ja, jetzt tippe ich mal. So, wenn das jetzt so ähnlich ist wie bei Alma Linux damals, dann könnte es das jetzt sein. Mal gucken, ob das klappt. Also von der Netzwerkaktivitätslampe hier unten sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt hat die hier oben Installationsquelle eingetragen. Ich packe euch das in die Folien rein, wie das heißt, wo das denn hingehört. Also das seht ihr jetzt nicht im Video, aber in den Folien, die ich denn veröffentliche, da wird es denn drin sein. Nachdem wir jetzt bei allen dreien unsere Internetquellen angegeben haben, können wir uns angucken, was es denn so als Softwareauswahl gibt. Und also einmal Linux, Rocky Linux und Oracle Linux. Da haben wir jetzt schon Unterschiede. Also bei, ja eigentlich haben wir überall Unterschiede. Also am offensichtlichsten ist es hier bei Oracle Linux, da habe ich drei verschiedene Basisumgebung, Server, minimale Installation und benutzerdefiniert. So, Server habe ich hier auch, dann minimale Installation und benutzerdefiniert habe ich da auch, Server minimal und benutzerdefiniert. Das haben sie quasi alle. Dann gibt es hier Server mit GUI. Dann, genau, dann gibt es hier Server mit GUI. Das ist, ja, also da bekomme ich einen Desktop mit dazu. Dann habe ich hier einmal Server, das ist wahrscheinlich dasselbe ohne, ja, ohne die grafische Oberfläche. Minimal, minimal, Arbeitsplatz. Da habe ich hier den Gnome mit beim, also ein Gnome Desktop. Das ist, ja, also hier taucht Gnome auch auf. Dann habe ich hier auch Arbeitsplatz. Das lässt sich jetzt schlecht vergleichen. Ich habe jetzt zweimal einen Eintrag, der heißt Arbeitsplatz. Aber von den Punkten, die hier drinstehen, habe ich eigentlich was komplett anderes. Also ich habe hier, fängt es an mit Backup-Client. Dann Gnome-Anwendungen, das gibt es auf der anderen Seite am anderen Punkt. Backup-Client gibt es auch am anderen Punkt. Internet-Anwendungen, ja, habe ich. Dann Remote-Clients, Smart-Card habe ich auch. Und dieses Kopf. Okay, gut, also ich habe in der ersten Kategorie, also bis zu diesem Strich hier, beide Male eigentlich dasselbe drinstehen. Also der Arbeitsplatz ist bei beiden Systemen erst mal, ja, von den Benennungen von diesen einzelnen Paketgruppen gleich, bloß die Reihenfolge ist ein komplett anderer. Dann haben wir bei Oracle, ja, nur Server und keinen Arbeitsplatz. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den Server mit GUI hier und gucken da nochmal rein, ob wir da ungefähr das wiederfinden, was hier bei Oracle Server heißt. Mal gucken. Lange Liste. Nehmen wir die beiden letzten Kandidaten hier. Die lassen sich jedenfalls vergleichen, ohne allzu großen Aufwand. Ich nehme da den Arbeitsplatz, sage ich einmal fertig. Dann sage ich bei Rocky Linux auch noch Arbeitsplatz hier. Nehme ich, fertig. Und dann, ja, gut Passwort vergeben. Für meine Testzwecke hier ein ganz billiges Passwort ist natürlich zu kurz. Klar, Produktivsystem müsst ihr was Sinnvolles nehmen, was auch wirklich sicher ist. Und da mir das hier egal ist, zweimal auf Fertig klicken, um das schlechte Passwort dennoch zu setzen. Dann nächster Schritt hier auf der anderen Seite nochmal dasselbe und wiederum zweimal bestätigen. Das ist sehr gleich. Dann, ja, Benutzer erstellen. Nehme ich Test. Passwort. Naja, ihr könnt es wahrscheinlich denken, was das wohl ist. Nehme ich denn auch was zu Kurzes. Fertig, fertig. Und auf der anderen Seite auch nochmal Benutzer anlegen. Test. Test. Neh, eins zu weit. Test. Fertig, fertig. Ja, eine Installation starten. Und Installation starten. Ja, na, also wie man jetzt grob so sehen kann. Beides Male wird ein LVM eingerichtet. Dann wird XFS als Dateisystem verwendet. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was hinterher so da rausfällt. Achso, 1221 RPMs. Mal gucken. 1221. Also das sieht erstmal sehr gleich aus. Die Größe unterscheidet sich allerdings. Hier einmal 1,36 GB im Gegensatz zu 1,41 GB. Hm. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Verstehe ich erstmal nicht, warum das so ist. Aber ich will mir nachher auch nochmal angucken, wie das ist mit den Paketen. Ob dann wirklich dieselben Pakete in den selben Versionen auf beiden Systemen installiert werden. Oder ob es da irgendwie Unterschiede gibt. Also das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, die Pakete sind jetzt in der Zwischenzeit bei beiden schon runtergeladen worden. Und, ähm, ja, nach Geschwindigkeit hat jetzt einmal Linux doch ein bisschen, ja, Vorsprung, ne? Also 1000 irgendwas Pakete im Gegensatz zu 800 irgendwas Pakete. Das Runterladen hat bei einmal Linux auch weniger lang gedauert als bei dem Rocky Linux. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war der Mirror irgendwie schneller oder so. Und, ähm, ja, aber immerhin sind es weiterhin 1221 Zielpakete auf beiden Systemen. Bleiben wir dran. Ja, nach einer unbestimmten Zeit haben wir jetzt beide Installationen durchgekriegt. Und von daher irgendwie so einen Benchmark zu machen oder so, das hätte sowieso wenig Sinn gehabt. Zwei virtuelle Maschinen auf dem selben System. Wie sich das jetzt untereinander verhält. Wer jetzt von wem die Ressourcen da wegnimmt oder so. Das ist, glaube ich, ziemlich unvorhersehbar. Also von daher ging mir es auch nicht um Zeit. Aber es sind jetzt beide durch. So, machen wir jetzt hier einmal den Neustart bei dem Rocky Linux und einmal bei dem Eimer Linux. Ja, auch nicht gleichzeitig. So, mal gucken, ob die jetzt beide automatisch... Ja, also beide haben auch die DVD, die virtuelle DVD ausgeschmissen. Das kann auch nicht jedes Installationsprogramm. Also einige kriegen das hin, aber andere wiederum nicht. Dann bleibt diese virtuelle CD-ROM oder DVD da im Laufwerk stecken. Und beim Neustart wird dann wieder davon gebootet. Und das ist irgendwie lästig. Aber es haben beide gut hingekriegt. Also das ist schon mal positiv zu bewerten. Ja, also optisch natürlich wieder sehr ähnlich. Logo und Text natürlich ein bisschen anders. Aber ansonsten sieht das erst mal sehr ähnlich aus. Ich logge mich da mal ein, um das einfach mal zu sehen. Und da natürlich auch. Und wieder sieht es ziemlich ähnlich aus. Selber Ballon, selber Anwendung, anderes Hintergrundbild. Von daher, ja, nö, möchte ich eigentlich nicht. Und auch dort, nein, danke. Ja, dann mal gucken, was wir so bei den Anwendungen haben. So auf dem ersten Bildschirm. Ob es da quasi auch so ist. Ja, das sieht eigentlich identisch aus. Hintergrundbild ist zwar ein anderes, aber ansonsten sieht das sehr identisch aus. Also die beiden halten sich sehr exakt an die Vorlage und weichen da sehr wenig von ab. Ja, was ich jetzt ja noch möchte, ist dieser Vergleich zwischen den einzelnen Paketinstallationsständen. Damit ich jetzt den SSH-Server noch installiert kriege. Oder ich gucke einfach mal, ob der schon läuft. Oder er läuft sogar. Also jedenfalls unter Rocky Linux. Und dasselbe jetzt auch noch mal unter dem Alma Linux. Ja, der läuft. Also standardmäßig ist er jetzt mit dabei. Jedenfalls in der Variante hier. Also beim Container musste ich das eben noch mal nachinstallieren, damit ich dort ein SSH-Server habe. Und ich musste ihn auch noch aktivieren. Also beim Standard ISO ist es vielleicht jetzt oder vielleicht schon vorher immer mit dabei gewesen. Aber da ich mit Containern gearbeitet habe, ist es da irgendwie anders. Da muss man alles einzeln dazu installieren und den Service jeweils starten. Genau. Und auch aktivieren, damit er beim nächsten Booten auch mitgestartet wird. Von beiden Systemen wollte ich jetzt ja auch noch eine Paketliste machen. Da setze ich mir jetzt ein Kommando zusammen. Also mit SSH mache ich eine SSH-Verbindung mit dem Testbenutzer erst mal auf diese einmal Linux VM, auf die 91. Und dann übergebe ich gleich hier eine Befehlszeile. Also mit DNF List Installed kriege ich eine Liste mit den Paketen, die auf dem System installiert sind, mit Versionsnummern. Und die Ausgabe, die ich habe, leite ich mit diesem Pfeil in eine Datei um, die jetzt A heißt, A vor allem mal Linux. Und dasselbe werde ich gleich noch mal machen für die 92 hier, für Rocky Linux. Und dann mit R. Aber erst mal das hier. Jetzt gebe ich mein super sicheres Passwort ein. Und dann habe ich hier in der Datei A meine Liste mit den, ja, hier ist jeweils der Paketname und da ist die Versionsnummer. Und am Ende steht, von wo dieses Paket bezogen wurde. Es gibt verschiedene Zweige quasi unter dem Alma Linux und Rocky Linux, wo Pakete herkommen können. Und dasselbe mache ich jetzt natürlich auch noch für Rocky Linux mit der 92. Und ja, jetzt habe ich zwei Dateien. Und jetzt starte ich Meld. Erst mal mit Alma Linux quasi als Basis und dem Rocky Linux Paketstand zum Vergleichen. Also wie man sieht, gibt es relativ viele Änderungen, was dadurch zustande kommt, dass die Formatierung hier eine andere ist. Also da sind noch mal drei Leerzeichen mehr drin bei der Rocky Linux Ausgabe. Von daher lässt sich das so erst mal nicht gut vergleichen. Ich werde jetzt erst mal Leerzeichen eliminieren, indem ich ein kleines Kommandozeilenprogramm verwende. Damit es jetzt so ein bisschen vergleichbarer wird, nehme ich das Kommandozeilentool TR. Damit kann ich, ja, Zeichen entfernen aus Textdateien oder auch zusammenfassen. Das mache ich mit dem Minus-S-Befehl. Also ich fasse mehrere Vorkommen von einem Zeichen oder einer Klasse von Zeichen zusammen zu jeweils einem. Da gibt es hier diese Klasse mit Space in dieser Schreibweise. Da sind Leerzeichen drin und Tabulatoren. Dann füttere ich das TR-Programm mit dem Inhalt von der Datei A und die Ausgabe möchte ich in die Datei A2 schreiben. Dafür gibt es diesen Eingabe-File, der eine Datei umleitet als Eingabestrom in das TR-Programm. Und die Ausgabe wird über diesen Pfeil umgelenkt in die Ausgabedatei A2. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal für Rocky Linux. Und jetzt schmeiße ich nochmal Melt an mit A2 und R2 und gucke einfach mal, wie da jetzt so die Unterschiede aussehen. Das sieht ja schon mal deutlich besser aus. Also im Gegensatz zu vorher, wo sich das wirklich in jedem kleinen Fitzelchen irgendwie unterschieden hat, haben wir jetzt deutlich weniger Unterschiede. Was dabei erstmal auffällt, sind, dass es die einmal Linux-spezifischen Pakete natürlich nicht unter Rocky Linux gibt. Also so wie hier Hintergrund, GPG-Schlüssel, Logos und solche Einstellungen ist klar. Heißt dort anders. Dann haben wir hier eine kleine Versionsverschiebung bei dem BPF-Tool. Auch eine kleine Versionsänderung bei den CA-Certificates. Dann haben wir hier ja auch irgendwie noch eine spezielle Version bei Rocky Linux, wo ja auf jeden Fall ein anderer Name nochmal dazu gepackt wurde. Also Rocky 1.0 klebt hinten dran an der Version. Da haben sie was geändert. Dann haben wir hier einen Namenszusatz einmal Linux. Und ja, hier haben wir auch eine kleine Unterscheidung. Ja, und so setzt sich das halt fort in verschiedenen Paketen. Aber die Hauptversion, die davor steht, die bleibt eigentlich unangetastet. Da ist vielleicht in dem einen oder anderen Paket so ein Patch drin. Also ja, bei dem Grub kann ich mir vorstellen, dass da irgendwas drin ist, dass sie die Farben vielleicht leicht verändert haben. Oder dass dort extra Sachen drin sind, die für einmal Linux relevant sind oder eben für Rocky Linux. Solche Detailfragen sind da halt geklärt. Aber im Großen und Ganzen ist es wohl sehr identisch. Hier kommt dann noch das Gegenstück zu den einmal Linux Paketen. Auch wiederum für Rocky Linux mit Hintergrund, GBG-Schlüssel und den anderen Punkten. Genau, also da haben sie eine eigene Namenskonvention für ihre Pakete, die diese spezifischen Eigenschaften einfach enthalten. Ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, einmal Linux und Rocky Linux sind gegeneinander auswechselbar. Ja, das war es denn für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was dazugelernt. Ich habe ja auch was dazugelernt. Einmal Linux und Rocky Linux sind wirklich sehr ähnlich, bis auf sehr geringe Details, die sich dort unterscheiden. Die sind also auswechselbar. Ja, ansonsten probiert es aus, probiert es nicht aus. Abonnieren, Glocke drücken und ja, bis dann. Und tschüss.